Heute gibt es ein Update bei Vic zum Thema Unge. Ich habe ja über den Unge-Skandal vor einigen Wochen auch sehr aktiv hier berichtet und bleibe natürlich auch immer dran, wenn sich irgendwas dort tut. Also wenn ihr an Gossip auch interessiert seid, könnt ihr neben True Crime und aktuellen Themen hier alles finden auf dem Kanal und gerne ein kostenloses Abo dalassen. Diesmal geht es um das nächste Statement von Vic bzw. iBlali. Kennen vielleicht einige von euch hier auch noch von früher. Ansonsten gehen wir jetzt hier direkt rein und ich bin sehr gespannt, was dort jetzt alles hier drin steht und ich trage hier einfach mal vor. Ich würde gerne ein paar letzte Worte zum Unge-Skandal verlieren. Schließlich ist nach meinem Video noch einiges passiert. Es geht hier auch nicht ums Nachtreten, sondern um Aufklärung und Aufarbeitung. Ich hatte euch ja auch schon darüber berichtet und vielleicht habt ihr es mitbekommen, neben dem ganzen Valeria-Drama und dieser schrecklichen Nachricht, über die ich ja hier auch sehr aktiv berichte, dass Rachel auch eine heftige Konsequenz abbekommen hat. Sie hat ihren Job aufgrund der ganzen Sache verloren und darüber hatte ich auch berichtet, wer das noch nicht gesehen hat, kann gerne eines der letzten Videos mal anschauen. Da ist das auch nochmal zusammengefasst. Dann geht es hier weiter. Simon hat ein Statement auf YouTube veröffentlicht, wo unter anderem vieles runtergespielt wurde. Zum Beispiel sagt er, ich habe schlecht über Vic geredet, aber auch andere auch. Das mag sein, aber andere haben nicht alle möglichen Influencer kontaktiert, um ihn signalisiert, mach nichts mit dem. Und das ist natürlich dann schon krass. Also wenn man schlecht über jemanden spricht, das ist die eine Sache. Wenn man mit dem auch nichts mehr zu tun haben will, die andere, aber dann auch anderen quasi so ein bisschen auch zu sagen, mach mal mit dem lieber nichts. Und ja, das kann einen natürlich auch auf so einer Insel, wenn man dann frisch ausgewandert ist in einem fremden Land und einen neuen Startschuss für sein Leben sucht und auch Anschluss mit Menschen, dann echt sehr fatal sein. Dann geht es weiter. Sowas geht in Richtung Machtmissbrauch und überschreitet Grenzen. Da stimme ich Vic hundertprozentig zu. Dann geht es weiter. Dann erwähnt er immer wieder, dass die ex-beste Internetfreundin von Lena sehr jung war. Ja, worauf möchte er hinaus? Mir ging es um Informationen und nicht darum, etwas mit ihr anzufangen. Wäre nicht mal nötig gewesen, wenn man mich nicht ein Jahr lang angelogen und gegaslighted hätte. Und auch das ist schon so, dass er da auch immer wieder so ein bisschen, also Unge, versucht hat, das so ein bisschen so wirken zu lassen, als sei Vic jetzt ein Weirdo, der da mit irgendwelchen Minderjährigen sich da anfreundet als erwachsener Mann. Was natürlich auch irgendwie sehr, sehr blöd und unfair ist von Unge. Dann geht es weiter. Dann behauptet er, dass ich Toni nicht damals auf die Straße gesatzt hätte. Da ist jetzt nicht Reef mit gemeint, sondern ein YouTuber, Kumpel, Kollege von damals, kennen vielleicht einige von euch auch noch. Das ist absoluter Quatsch. Schließlich war ich nicht deren Arbeitgeber. Seine Erzählung darüber ist falsch. Und das kann jeder, der den Bücherclub-Zeiten hauptnah miterlebt hat, bezeugen. Von Nick zum Beispiel natürlich gab es mal Streit mit Toni Pirossa. Das ist jetzt der, der da auch gemeint war. Dazu könnte ich sehr viel erzählen, belasse es aber bei einer Privatsache. Jedoch war ich das Sprungbrett für Tonja und habe beiden sehr viel gegeben und ermöglicht. Das stimmt, also Nick kennt man hauptsächlich wegen Vic. Und ja, auch Tonja kennt man schon von ihm und beide haben auch enorm davon profitiert, von der Reichweite, von einem Vic Alblali, der zwei Kanäle mit Millionen Reichweite hatte und eigentlich so auch der Ur-YouTuber mit Unge Kronk und so weiter ist. Also das ist dann schon deutlich und da sollte man das auch ganz klar mal so aussprechen. Was jetzt da aber auch passiert ist, das wissen wir jetzt nicht. Es wirkt aber auch schon wieder so fast ein bisschen, wenn man es jetzt böswillig auslegen möchte, als würde er schon, ja, ein Toni den Wind aus den Segeln nehmen, falls der vielleicht nochmal was dazu sagen möchte. Dass er auch gerne die ganze Geschichte hier nochmal auftröseln will, beziehungsweise könnte. Das jetzt aber bei einer Privatsache belässt. Und so spekulieren natürlich die Leute auch. Das muss man auch fairerweise sagen. Das Video war so schlecht, dass ich persönlich keinen Grund sah, eine Antwort aufzunehmen. Hat er auch absolut richtig gemacht. Also Vic ist auch der klare Gewinner, genauso wie Rachel in diesem Skandal, wenn es da überhaupt Gewinner gibt. Im Prinzip ist es ja auch schade, dass das da alles so überhaupt gelaufen ist. Muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Kurz danach veröffentlichte Simon ein zweites Statement auf Twitter, wo er sich bei Rachel und mir entschuldigte und mich zu einem Burger und einer Cola einlud. Ja, das ist echt sehr wild gewesen. Ich warte erstmal ab. Schließlich ging es bereits in Rachels Geschichte hin und her mit seinen Emotionen, beziehungsweise Handlungen. Meine Vorsicht behielt recht. Am nächsten Tag löschte er seine Entschuldigungs-Memo und stellte den Account auf privat. Also ich wusste gar nicht, dass der ihn so gelöscht hat. Hier gibt es den übrigens noch auf meinem Kanal zu finden. Die Entschuldigung. Auch sehr unangenehm. Währenddessen entfernte er alle möglichen Videos mit Lena und mir von seinem YouTube-Kanal und veröffentlichte sein drittes Statement. Auch interessant. Das habe ich gar nicht so beobachtet. Auf Instagram. Dort erzählt er unter anderem, dass es ihm richtig gut gehen würde und er sich nicht runterkriegen lässt. Kein Wort zu den Menschen, die er manipuliert und verletzt hat. Nun wird aber besonders skurril und das haben scheinbar nur wenige mitbekommen. Er postete weiterhin Instagram-Stories, die sehr schwierig sind. Und zwei davon hält er Händchen mit seiner jetzigen Freundin. Das habe ich auch mitbekommen. Gut, kann man von halten, was man möchte. In einer filmt er eine Sitzbank und sagt, hier ist meine Bank, von der ich diese Aussicht richtig genieße. Was ihr bisher nicht wusstet, diese Bank wurde damals von Rachel als Weihnachtsgeschenk für Simon extra angefertigt. Okay, krass. Das ist natürlich schon heftig. Oh. Also man merkt, Unge hat irgendwie schon ein sehr fragiles Ego. Woran das jetzt liegen mag, möchte ich jetzt aus der Ferne nicht beurteilen. Aber klar kann man auch provokant zurückschießen. Und der hat natürlich jetzt auch durch das Video von ihr und auch durch den Move von Vic ordentlich an Sympathien eingebüßt. Aber er kann natürlich dann vielleicht auch sauer sein. Aber ich weiß nicht, er schießt sich irgendwie ein Eigentor nach dem anderen. Mit dem Hintergrundwissen kommt die Story sehr provokativ rüber. Aber es geht noch weiter. In einer anderen Insta-Story filmt Simon eine schwarze Katze. Note Tiger war ebenfalls eine schwarze Katze oder ein schwarzer Kater und lässt den Song Lasst die Leute reden im Hintergrund spielen. Absolut peinlich. Dieser Paar hat eine Reaktion zu diesen Storys hochgeladen. Falls es euch interessiert, könnt ihr gerne auf seinen Kanal gehen und euch eine eigene Meinung bilden. Ich finde diese Uneinsichtigkeit und Provokation von Unge sehr offensichtlich. Während er behauptet, mir geht es so gut, da er buchstäblich auf alle Scheiß und provokative Instagram-Stories dreht, hat Rachel wegen dem ganzen Drama ihren Job verloren, was ich immer noch extrem ungerecht finde. Sehe ich ganz genauso. Habe ich auch im Video, wie gesagt, drüber gemacht. Ganz, ganz miese Nummer. Und dann geht es weiter. Simon hat bisher nichts eingesehen und inzwischen glaube ich nicht, dass er das jemals machen wird, beziehungsweise das passieren wird. Zu den Leuten, die schreiben, Kindergarten, warum muss man Privates in die Öffentlichkeit ziehen, möchte ich noch einmal daran erinnern, dass Simon mit seinem langen Twitter-Statement derjenige war, der Privates in die Öffentlichkeit gezogen hat. Und er schrieb auch, dass er zu mir noch einiges droppen wird, bevor mein Video veröffentlicht wurde. Es ist die Konsequenz seines eigenen Handelns. Das waren meine letzten Worte dazu. Und ja, ist auch das Cleverste, jetzt glaube ich, das erstmal dabei zu belassen. Aber ich glaube, so die letzten Worte, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, sind jetzt vielleicht doch noch nicht komplett gesprochen. Denn es kann immer mal wieder, glaube ich, zu weiteren Updates kommen. Also ich bleibe auf jeden Fall für euch dran. Ich werde auch Unge so ein bisschen beobachten, ob er da hier doch noch hier und da nachtritt. Ich habe jetzt wie gesagt ein, zwei Sachen jetzt gar nicht mehr so beobachtet, weil ich jetzt erstmal so die wichtigsten Statements hier auf dem Kanal schon zusammengefasst hatte. War jetzt auch mit dem Valeria-Thema sehr, da haben wir mit der Berichterstattung beschäftigt. Aber ich bleibe natürlich auch an dem YouTube-Gossip und den ganzen aktuellen Themen, die interessant sind, dran, die kontrovers diskutiert werden. Wenn ihr sowas mögt, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Und dann soll es das für heute hier gewesen sein. Bis dann und ciao, ciao.